Jo Leute, was geht ab? Fluss wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Ja, beim letzten Mal habe ich hier den 6er-Panzer VK 3601H erspielt und zwar verloren, aber trotzdem 110 Gefechtserfahrung gekriegt. Da kann ich mir jetzt noch nicht so viel von kaufen in dieser Stufe. Aber wir haben ja noch mal den 5er-Bonus hier und gerade hat mich ein Viewer von mir angeschrieben, der Detox oder ja, soll wohl Detox heißen. Ob wir im Zug spielen und da sage ich doch mal Logo, wenn ich dafür Zeit habe und ich gehe jetzt mal hier für meinen 6er-Panzer aufbereit. Ja, da habe ich jetzt, beim letzten Mal habe ich schon erwähnt das Tarnnetz und ich habe auch noch so ein Zielfernrohr habe ich noch am Start und ein Reparatur-Kit aber da brauche ich erst die neuen Ketten, weil das, weil ich dann zu viel Überladung habe damit. So, jetzt bin ich mal gespannt. Im letzten Gameplay wurde ich einfach mal von so einer Adlerie geoneshottet. So, einfach 850 Energie weg. Oh Gott, ich spiele jetzt zum ersten Mal mit und gegen 8er-Panzer. Krass. Das ist mein absolutes... Alter, was ist denn der? Dieser GW-Tiger-P. Ist das der, den ich auch hätte wählen können? Tiger-P. Das ist eine Adlerie. Alter Schwede. Wie riesig sieht die denn auf dem Bild aus? Krass. Ich lade mal wieder HE-Munition. Ich muss mir nochmal meine... ganz kurz angucken. Wo fahren die alle hin? Das sieht dann jetzt ein bisschen nach rechts aus. Jetzt müssen wir meine Waffe nochmal angucken. Boah, ich bin so ultra langsam. Heftig. Ich glaube, den Berg, wo der Detoxer hoffährt, der würde ich nicht mehr hochkommen hier mit dem Motor. Oh, jetzt geht's aber ab. Ja, jetzt hat er Speed drauf. Fährt hier ein bisschen weiter rechts der gute Detox. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Mapper und glaube, ich habe nicht so oft gespielt. Keine Ahnung, wo man hier fährt. Ich darf auch nicht so viel lenken, dann wird der nämlich wieder so ultra langsam. Wenn ich ankomme, ist der Krieg schon vorbei, sozusagen. Aber dafür habe ich ganz viel Style. Der sieht cool aus. Oh, da hat der erste schon Schaden gekriegt. Und ich bin noch nicht mal da. Oh, da ist vom T37, der von der Base zu fährt. Ich hoffe, wir kriegen ihn ausgeschaltet. Oh, hier ist aber richtig fette Party. Alt in Berlin. 1. Und ich bin nicht am Start. Und ich bin nicht am Start. Alter, die fighten da und ich bin immer noch hier am rumhoppern. Mit meinem ultra langsamen Panzer. Muss ich aufpassen, dass ich nicht einen von uns erwische. Was für Gefecht hier. Krass. Hier wird ja nur noch rumgepollert. Ich stehe aber, dass wir hier ganz gut gewinnen. 4-2 steht es in der Summe. Was ist denn jetzt los? Nein. Jawohl. Der Detox hat sich den geholt. Ich dachte, ich hätte auch noch ein bisschen Schaden gemacht, aber... Da haben wir schon den ersten... ein schönes Ding. Den... 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 Den kann es halt in die Luft. Ja. Der da vorne dürfte auch so viel kaputt sein. Tausend Schaden hat das gemacht hier. Oder einen Schuss. Jawohl! Die letzten zwei Energie habe ich ihm noch abgezogen. Geiles Ding. Geil, Nomad. Ah, jetzt hat er sich in den Berg verzogen. Scheiße. Oh, unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Ach, du Scheiße. Kommen wir da noch hin? Ich glaube nicht. Das ist nicht gut. Also ich komme da garantiert nicht mehr hin. Ich bin viel zu langsam dafür. Ich weiß nicht, ob das... Der Detox fährt auf jeden Fall zurück. Ob die das noch schaffen. Ich hoffe es. Also ich schaffe es auf jeden Fall nicht mehr. Ich versuche hier vielleicht noch vorne ein paar Kills zu holen. Wenn ich den Berg schaffe. Oder vorne sind es welche in einem Dorf. Vielleicht kann er rausgelockt werden. Oh, komm, komm, Junge, zieh. Nein. Oh nein. Wer schießt da auf mich? Achso, wir haben verloren, ne? Weil die anderen gecaptiert haben. Ich habe jetzt gar nicht den Rest verfolgt. Aber kein Problem. Da gehe ich doch einfach mal direkt auf nochmal bereit. Wir müssen diesen Sieg hier auf jeden Fall nur holen. Sieg des Tages ist auf jeden Fall Pflicht hier mit dem Panzer. Kannst du... Er nimmt wieder den KV 85. Ein russischer. Jetzt läuft es besser. Möchte ich mal fast behaupten. Also den Fight haben wir ganz gut gewonnen. Wir haben einfach nur taktisch relativ schlecht gespielt. Mit den ganzen schweren Panzern. Da kam keiner schnell genug zurück. Boah, ich... Diese ganzen Panzer, die kenne ich alle gar nicht, ey. Junge, Junge, Junge. Und diese Map kenne ich auch nicht. Die habe ich auch noch nie gespielt. Wo sind wir denn hier? So, was machen wir da jetzt ein bisschen? Ganz nach rechts? Ganz nach links? Hm, was ist da hinten? Vielleicht von meiner net links. Wenn ihr zugebräumt. Uh! Ah, ich fahre nach links. Und dann versuche ich von da aus irgendwie durchzukommen. Oder soll ich auf jeden Fall die Bars verteidigen? So was richtig schön langweiliges. Das muss jetzt sein. Aber er hat auch einen Plan. Ich fahre das mit ihm in die Wand. Ich fahre mich frei mit dem guten Beethoz. Der, ja. Alles gut. Gut, das ist schon der erste. Okay, hier sind doch so so Gerölllawinen noch dazwischen. Die jetzt decken die Bienen. Können wir noch auf den draufschießen? Ich fahre mich aber immer weiter. Unser Munitionslager wurde getroffen. Schlechte Idee, glaube ich. Ich bin natürlich geschossen. Okay, ich habe auf jeden Fall welche aufgedeckt. Oh, schuldig sein. So. Munitionslager ist kaputt. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet. Das war der, der mich angeschossen hat. Gerade konnte ich auf ihn schießen. So, den ist noch einer. Boah, wie lange braucht der denn zum Nachladen? See. Achso, weil das Munitionslager kein Arsch ist. Okay. Ich habe auch noch die normalen Waffen. Ich habe nicht die HE geladen. Nicht die HE geladen. Oh, der Detox hat einen guten Treffer gemacht. Schönes Ding. Ich glaube, wir müssen mal langsam da reinrücken. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwer ist, der auf ihn schießen kann. Oh, ich bin tot, glaube ich. Schnell weg. Ich muss hinter die Deckung. Danke. Er hat sich für mich geopfert. Scheiße, es tut mir leid. Ich muss deswegen wegen meinem Unvermögen sterben. Es tut mir wirklich leid. So. Oh, 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 oh. Ach, du Teils. Ich habe noch nicht nachgeladen. Ei, 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 ei. Das war jetzt aber nicht so gut. Ich hoffe, das gewinnen wir sogar noch. Das wäre mal eine ganz feine Sache. Oh Gott. Sorry. So. Mit dem Marder würde ich aber noch gerne eins machen. Mit dem Dreier. Das wäre noch mal eine feine Sache. Wenn wir das hier noch schaffen würden. Wenn er auch noch so einen Dreierpanzer hätte. Das wäre natürlich vom allerfeinsten. PZ1. Oh, ich glaube, das ist der, der so abgeht, oder? Ich glaube, das ist der, der so ultra schnell fährt. Oh, die Map. Aha, aha, aha. Ah, okay. Für den Jagdpanzer, glaube ich, gar nicht so schlecht. Versuche mir einfach irgendwo mal, stelle ich mich da am besten hin, einen schönen Busch brauche ich. Wo ich mich reinstellen kann. Beziehungsweise, wo ich mich vorstellen kann. Besten von da oben runter irgendwie, oder? Oder von hier irgendwie? Da hinten, bis man sich das ganze Schlachtfeld überblicken kann. Jetzt sehe ich hier immer das Tarnnetzeinband. Der Busch ist scheiße. Da sieht man einfach mal gar nichts. Juhu, da geht der BZ1 ab. Ultra schnell wie immer. Ach du Scheiße, das ist jetzt los. Da kommt von nach oben schon. Gutes Ding. Juhu, 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 Juhu. Alter Schwede, was ist denn hier los? Das ist aber jetzt schon auf der App gesehen, Jungs. Mein Haus, was hier als Deckung für mich dient. Jawoll. Den haben wir erwischt. Den haben wir erwischt. Boah, wo kam der? Ach, du Scheiße. Wo kam der denn her? Oh Gott, ey. Wohlholen die noch, Junge. Räche mich. Jawoll. Ah, die hatten sich noch geholt. Ah, alles gut. Ich bin zufrieden. Gut. Ja, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ah, das andere Game haben wir leider verloren. Die Siege des Tages haben wir noch nicht geholt. Aber das werde ich auf jeden Fall noch machen, Freunde. Das schwöre ich euch blank in der Hand. Und ja, hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wieder dabei, sorry. Und bis dahin, bleibt mir nur zu sagen, bleibt sauber. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.